Musik Als das Klassenzimmer im letzten Jahr pandemiebedingt in die virtuelle Welt verlegt werden musste, zeigten sich deutliche Defizite in unserem althergebrachten Bildungssystem. Die Corona-Pandemie wirkte anfänglich als Bildungsbarriere und kristallisierte sich aber später als Digitalisierungsbeschleuniger heraus. Die Thüringer Schul-Cloud als digitale Lernplattform ermöglichte uns, zur Kommunikation nicht nur mit den Schülern in Kontakt zu treten, sondern dass Lehrer sich auch untereinander austauschen, sich organisieren und weiterbilden können. Die Schüler und Lehrer stehen diesen neuen Möglichkeiten aufgeschlossen gegenüber. Musik Die Voraussetzung für diese digitalen Interaktionen ist der Breitbandausbau. Die Thüringer Glasfaser-Strategie strebt Gigabit-Anschlüsse für alle Schulen bis 2023 an. Doch was nützt es eigentlich, wenn das schnelle Internet nur in den Schulen verfügbar ist, aber ein Teil der Klasse von zu Hause lernt? Bereits jetzt sind 90 Prozent der Haushalte mit Anschlüssen versorgt, die das Homeschooling ermöglichen. Und es geht weiter. Durch die Kombination von Bundes- und Landesförderung treiben wir zusammen mit Gemeinden und Kommunen den Breitbandausbau weiter voran. Denn das ist unsere Aufgabe. Förderung ist Fortschritt. Über 200.000 Schüler in 850 Schulen greifen derzeit aktiv auf die zentralen Leistungen der Thüringer Schul-Cloud zu. Für das häusliche Lernen stehen ein Videokonferenzsystem, kollaborative Lernmanagement-Tools, ein Cloud-Speicher und über 30.000 digitale Medien für jeden Schüler zur Verfügung. Die Thüringer Schul-Cloud hat sich innerhalb eines Jahres zu einem wichtigen Instrument der schulischen Bildung in Thüringen entwickelt und bietet auch über die Pandemie hinaus hohes Potenzial zur Erreichung der Ziele der Digitalstrategie im Bildungsbereich Thüringens. Die Thüringer Schul-Cloud hat sich eine Art